Guten Morgen, das ist Seraina. Seraina von IGIS. Besser, ja genau. Sind wir froh, hast du noch angerufen? Wir haben so viele Leute angerufen, ich konnte nicht anrufen. Gleichzeitig bin ich noch auf der Autobahn. Es ist ein bisschen stressig geworden. Aber jetzt habe ich tatsächlich geschafft. Jawohl, gut bist du da. Wir zahlen Kosten für diesen Deutschkurs. Hey wow, ich bin so schockiert und so erfreut. Das ist Wahnsinn, wirklich. Ich hätte es nicht gedacht. Ich bin so froh, die werden ausflippen. Das ist so toll. Danke vielmals. Alena und Dennis wissen in diesem Fall noch überhaupt nichts von ihrem Glück, dass sie bald Deutsch lernen können. Nein, sie wissen noch nichts. Sie sind jetzt gerade im FAB-Studium. Sie sind so fleissig. Und sie werden wahrscheinlich aus allen Wolken fallen. 2000 Franken für diesen Deutschkurs. Zahlen wir mal. Krass, danke vielmals. Es kommt noch besser, Seraina. Jawohl. Wenn du uns auf Radio FM1 auf Instagram folgst, legen wir noch 100 Franken drauf. Wirklich? Ja. Boah, geil. Danke, so cool. Oh shit. Ich merke euch vielmals. Ich habe so eine Freude, wirklich. So cool. Wirklich, wirklich. Danke, danke. 1000 Franken. Es ist so toll von euch. Wirklich. Wirklich. Wirklich.